Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen einen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Chief! Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Cairo. Feuer auf dieses Shot. Sobald diese Tür aufgeht, zeigt Sine. Ein bisschen Anstrengung. Mehr verlange ich nicht. Ein bisschen Anstrengung. Ich hole mich auch mal. Hey, wir verletzt was. Hab ich voll erwischt. Guter Schuss. Ah, Mann! Hey! Au! Server, das Absicht war uns in die Spitze. Malta, wie ist ihr Status? Malta, wie ist ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Ettlich. Absichutt. Achtung. Tenthü Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aus dem Innern der AT, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Die Allianz muss hier. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, ma'am. Wir sind am Bad. Das war's für heute. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sieht so aus, als hätte ich noch ein Stuhl. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, zwei Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ademann, Position halten. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kuss auf Kallung. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malte in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Der erste Träger wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Ich muss in Ihren Kopf. Jetzt. Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Kairo, hier ist die In-Ember-Glad. Transporter-Schild ausgefallen. Bin in Position. Bereit für sofortigen Angriff. Negativ, Commander. Nicht...